Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr hier den Zoom H6 noch ein bisschen optimieren könnt, insofern, dass ich ja im letzten Video herausgearbeitet hatte, so ein bisschen oder in einem der letzten, dass wenn ihr den Zoom H6 mit noch einem weiteren Interface hier unter Linux mittels Pipewire irgendwie gemeinsam betreiben wollt, dass der sich dann manchmal schwer tut, der H6 einfach die richtige Projekt-Sample-Rate zu wählen. Dass er dann häufig statt 48 44 1 auswählt und da einfach dann halt zu schlechten Ergebnissen führt und man das dann häufiger durchführen muss, dafür gibt es einen kleinen Trick. Dafür braucht ihr natürlich neben dem Zoom H6 noch eine Speicherkarte. Der Zoom H6 sollte Batterien haben, die ein bisschen Saft haben und ihr braucht einen Rechner. Damit ihr das Ganze hier ein bisschen besser sehen könnt, mache ich mal die Skalierung ein bisschen größer. So, dann ist das nämlich für euch hier besser ersichtlich. Ihr geht also in den Browser, gebt oben in der Adresszeile Zoom H6 Firmware ein. Und dann wird hier die Seite zoom-coop.com vorgeschlagen, aber hier steht ja auch H6 Black Zoom. Das nehmen wir. Und dann laden wir hier in der Software-Region laden wir dann das H6 Firmware und Audio-Treiber. Den laden wir runter. So, das macht er hier oben auch. Hat er schon gemacht. Wir öffnen das Archiv direkt. Und wenn wir da reingehen, dann haben wir hier Audio-Treiber für Windows, das heißt alle Windows-Nutzer unter euch müssten möglicherweise hier erstmal die Audio-Treiber installieren. Wir brauchen das hier jetzt auf einem Linux nicht. Ergibt keinen Sinn. Und uns interessiert hier die H6 System.bin-Datei. So, im nächsten Schritt, die SD-Karte ins Kartenlesegerät oder in den Slot für euren Laptop an der Seite rein. Ich mache das mal bei mir. So, hat er uns auch quittiert. Habt ihr gerade gehört. Wir nehmen also diese Datei, entpacken die auf die Speicherkarte und weil die da natürlich bei mir von einem alten Versuch quasi noch drauf ist, habe ich sie jetzt überschrieben. Schließen das Fenster, schließen den Browser und denken natürlich daran, die Speicherkarte sicher zu entfernen. Haben wir gemacht. So, dann die Speicherkarte an der Seite links von euch in den Zoom H6 richtig rum reinschieben. Bedeutet mit der Bildaufschrift nach oben oder mit der abgeschrägten Ecke zu euch. Im nächsten Schritt müsst ihr dann mit einem Finger, ich mache es mit den Daumen, einer drückt die Play-Taste und der andere schaltet an. Und das haltet ihr eine ganze Weile. Denn wenn ihr es zu kurz drückt, dann kommt ihr einfach nur in den normalen Modus. Ihr müsst es länger halten und da sieht man das schon. Jetzt kann ich hier das ganze System updaten. Und zwar, standardmäßig war das die Version 2.3. So wurde ausgeliefert und dann habe ich halt das Update von 2.3 auf 2.5 gemacht. Hier sieht man jetzt schon, der hat Version 2.5 und will auf 2.5 machen. Und dann fragt er, ob ich mir sicher bin. Die Auswahl könnt ihr treffen. An der Seite vom Zoom habt ihr diesen kleinen Hebel hier, mit dem ihr halt auch umwechseln könnt. Die Dateien auswählen könnt und Menüeinträge und so weiter auswählen könnt. Den nutzt ihr, um halt auf Ja oder Yes, wie es hier steht, zu klicken. Drückt da einmal drauf und dann sagt er, macht er hier uns das schöne Update. In meinem Fall updatet er jetzt halt von 2.5 auf 2.5. Er überschreibt im Prinzip. In eurem Fall dürfte er aber, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, halt von der Version vorher auf die 2.5er updaten. So, dafür braucht er auch nicht besonders lang. Er zeigt uns hier auch noch an, dass er dafür gerne immer Strom hat. Das kennt man aber eigentlich, dass man bei Firmware-Updates den Strom immer sicherstellen sollte, dass es läuft. Und zack, da ist er auch schon fertig. Also dauert echt ein Bruchteil. Und er möchte, dass wir das Ganze ausschalten. Das machen wir natürlich. Und das war's. Mehr nicht. Das Ganze sorgt jetzt halt dafür, dass wenn ihr ihn das nächste Mal anschließt und mit noch einer zusätzlichen Soundkarte verwenden wollt, dass er halt einfach schneller die richtige im System hinterlegte oder festgelegte Sample-Rate auswählt. In meinem Fall war das 48 Kilohertz oder 48 Hertz. 48.000 ist es. Und nicht 44.1 oder 96. Und da hatte er halt vor dem Firmware immer 44.1 ganz häufig ausgewählt als Standard, obwohl es im System nicht so abgespeichert ist. Und ja, das führt dann zu Schwierigkeiten, hatte ich ja erklärt. Deswegen kann ich euch dieses kleine Firmware-Update echt wirklich ans Herz legen. Das macht euer Leben, wenn ihr den Zoom H6, den guten Jungen hier als Soundkarte benutzen wollt, wirklich, wirklich viel, viel einfacher. Das soll es für das heutige Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, euch das Video hilfreich war, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video liked, mit euren Freunden teilt und weiterverbreitet. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, denn dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video draußen ist. Und ihr helft natürlich meinem Kanal auch dabei zu wachsen, wenn ihr den Kanal abonniert und gerade ja natürlich auch solchen Content mögt, dann lasst mich das gerne wissen. Und mich würde natürlich interessieren, wenn ihr Probleme habt, schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr schon coole Sachen mit dem Zoom H6 aufgenommen habt, so vielleicht einmalige Audiosachen, die man halt nur einmal im Leben aufnimmt, dann lasst mal gerne hören und schreibt das unten in die Kommentare. Verlinkt da gerne auch Audio-Files. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund bis dahin. Ciao.